Gegen dieses von Weintzehl trainierte Augsburg, da muss einfach was drin sein. Und Moinsen zum zweiten 2-1-1-Video quasi. Jetzt gehen wir mal zu Köln und Augsburg. Fand es eigentlich auch ganz geil sogar beim Union-Ding. Jetzt wieder die Vorbereitung ist eigentlich ganz nett. Es hat immer doppelter Aufwand, aber so ein Video zu packen ist, glaube ich, auch ganz okay. Ich glaube, die Lösung ist da echt in Ordnung, die wir da gefunden haben. Highlights. Modest 72. und Modest 77. Der Startelf-Tipp war eine 9 von 11. Also man hat einfach Kulibali und Führig quasi statt Karaso und Fahir in der Startelf. Und ja, wir fliegen, so als Kurzfazit, fliegen wir halt in einem Fadenpokalspiel durch zweimal komplette Abwehrverweigerung, fliegen wir halt raus. Also es gab keine größeren Torchancen, weder in Halbzeit 1 noch in Halbzeit 2. Auch der Kicker im Live-Ticker, wo ich es immer rausziehe, hat nur die Tore als fett markiert. Also sonst im ganzen Spiel kein Highlight quasi als fett markiert im Ticker. Wir hatten Führig-Abschluss vor der Halbzeit. Dinos hat einen aus den Sands nochmal abgezündet. Aber ja, dann war es schon, dann war es schon in Halbzeit so. Also man war einen Ticken besser in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, als Köln. Aber ja, viel mehr rumgesprungen ist auch nicht. Zweifel kommt dann Uth ins Spiel bei den Kölnern, die wirklich auch krass, krass rotiert haben. Acht Änderungen in der Startelf. Schwäbe legt ja kurz nach der Halbzeit den Ball fast selber rein. Öttschern hat noch einen Abschluss. Wir haben die Davi-Abschlüsschen. Ein Kopfball von Andersson. Ja, Kölner hat ein bisschen mehr vom Spiel in der zweiten Halbzeit. Sosa hat einen Abschluss. Dann kommt Fahir für Klimovic bei uns. Und eben auf Kölner Seite kommt der Sieg quasi. Nämlich Duda wird eingewechselt und auch Anthony Modest. Und der Kollege steht keine 6 Sekunden auf dem Platz und staubt ab zum 0 zu 1 direkt. Einfach, weil man da vor Uth halt Real Talk ganz simpel nicht angeht. Man macht nichts. Er kann ja 15, 20 Meter laufen im Radius von 4, 5 Metern übertrieben. Du gehst ihn einfach nicht an und verteidigt es einfach nicht. Dass man damit Modest vielleicht nicht direkt schon zugeteilt hat nach ein paar Sekunden auf dem Platz, ist irgendwo noch okay. Bei uns kommen Armada und Al-Ghadoui. Das hieß ja, diesen Unterschied in der Kaderbreite. Die bringen halt einen Uth, die bringen einen Duda, die bringen Modest. Bei uns kommen halt eher Leute mit weniger bunziger Erfahrung aktuell. Ja, und dann ist es halt komplett unnötig, dass das Ding quasi 1 zu 1 nochmal genau gleich 5 Minuten später nochmal passiert. Wieder kein Mensch geht ran, Abschluss und Modest staubt wieder ab. Klar, da war irgendwie Abseits und sowas, aber wir haben einfach keinen Videobeweis oder Möglichkeit von Abseits oder Behinderung vom Keeper. Aber wir haben einfach keinen Videobeweis in der zweiten Runde. Also ist die Diskussion da halt hinfällig. Und danach war das Spiel halt eigentlich vorbei. Und es ist einfach ein bisschen nervig, weil es einfach einen Bereich in der Mannschaft betrifft, im Team betrifft, der eigentlich seit Wochen steht. Also die Abwehr. Weil auch Ito hinten ist ja ein starker Antoinersatz. Deswegen, dass da dann auf einmal hinten so verteidigt wird. Beziehungsweise das heißt, schlecht verteidigt. Es wurde einfach schlicht und ergreifend nicht verteidigt in beiden Fällen. Es ist einfach komplett unnötig. Vorne hast du Ausfälle. Vorne hast du trotzdem noch viele Optionen, aber halt nicht die große Torgefahr gerade. Da haben wir Probleme. In der Defensive eigentlich ja nicht gerade. Ja, vorne fehlt die Torgefahr. Wir sind öfter mal in Positionen, die kommen tatsächlich. Aber es kam halt kein Abstoß. Keiner hat den Abschluss gesucht. Da fehlt diese Torgeilheit vorne gerade so ein bisschen. Oder auch die Kreativität für den letzten Pass, um eben nochmal in eine noch bessere Abschlusssituation zu kommen. Passiert ist danach nichts mehr so. Und man fliegt halt völlig unnötig den Pokal raus. Aber auch Armada hat noch in seinem Stil schön einen weggemäht. Hat sich eine gelbe Karte abgeholt. Sonst ist nichts passiert ab der 77. dann bis zum Ende. Ja, ist halt einfach unnötig, weil Köln auch kein besonders tolles Spiel gemacht hat. Ich dachte eigentlich irgendwann auf der 70. oder sowas, noch vor der Modesteinwechslung, dass das hier mit 0 zu 0 in die Verlängerung trudelt, weil einfach nichts passiert ist im gesamten Spiel. Aber ja, dann verweigerst du zweimal deine Verteidigung, zweimal Abwehrverweigerung, Modest. Und dann fliegst du raus. Kommen wir uns zum Man of the Match, das auch hier wieder wie gegen Union schwierig ist. Oder noch schwieriger, aber da hat es zumindest Fahir ganz klar gehabt. Da wieder Voting, Abstimmung im Community-Tab, wüsste Bescheid. Und natürlich Meinung zum Köln-Spiel, zum Rausfliegen im Pokal in die Kommentare. Wer wieder stark war hinten und wohl trotzdem vermutlich, kleiner Vorgriff für einen Start-Haupt-Tipp, aber vermutlich rausrotiert wird am Sonntag, ist Ito. Deswegen bekommt er hier seinen Platz, ganz klar. Von vorne auch die David tatsächlich mit am besten. Deswegen kommt der Kollege auch rein. Und auch Sosa hat mir wieder ganz ordentlich gefallen. Also war ein bisschen auffälliger mal wieder. Und ja, dann haben wir die drei Kollegen und ihr könnt abstimmen. Und die Tweets of the Match saugt halt schon gewaltig, dass die Chance der DFB-Pokal doch so recht einfach unkläglich vertan wurde. Ja, ich weiß, Verletzungen ist für einen Verein wie den VfB aktuell halt die einzige Chance, irgendwo in Richtung Titel zu schielen. Vor allem, wenn die Bayern ausscheiden. Da habe ich ihn eingenommen, vor allem wegen dem letzten Teil, nämlich die Bayern. Das ist dann wieder wie letztes Jahr gewesen. Die Bayern sind früh raus und wir fliegen auch früh raus. Einfach schade. So, ich meine, hätten wir jetzt Köln geschlagen, kann man trotzdem auch, ja, träumen davon. Aber trotzdem ist es noch ein langer Weg bis zum Pokalsieg. So, also in die Richtung hätte ich gar nicht geschielt erst mal. Aber ja, ein bisschen Geld hätte es ja auch gebracht. Und es war halt einfach schlicht und ergreifend unnötig, da rauszufliegen. Und auch hier bin ich ein wenig schockiert, wie wenig offensiv aktuell rausspringen können. Er hat heute mit einer wirklich schwachen Mannschaft gespielt und wir hatten keine nennenswerte Chance. Das ist auch das Problem, das habe ich auch angesprochen. Er hat achtmal rotiert, nicht den besten Tag erwischt. Und am zweiten Mal waren sie ein bisschen dominanter. Aber sonst war es, wie gesagt, eigentlich ein 0-0-Spiel. Und dann verlierst du das Ding halt komplett selbstverschuldet durch diese zwei Modest-Tore. Und vorne läuft es ja, wie gesagt, überhaupt nicht. Also da kommt nicht viel bei rum, auch schon wie in Union nicht. Wir hätten wahrscheinlich ähnlich negativ über das Union-Spiel gesprochen. Wäre eben nicht dieses 1-zu-1 noch gefallen. Aber auch hier der Tweet ist ganz praktisch dazu. Soll ich nochmal irgendwem unsere Torschützen aus der letzten Saison tweeten? Ach, ich mache einfach. Und ja, da ist es halt. 17 Hütten Karlajcic, der ist aktuell verletzt. 13 Hütten Silas, aktuell verletzt. Natürlich, also der Stand von am Ende der Saison. González haben wir ja verkauft. 6 Hütten, Castro ist auch weg, haben wir nicht verlängert. 4 Tore und auf Platz 5 sind tatsächlich die Davi mit 4 Toren. Ja, da fehlt halt was da vorne. Das ist ganz, ganz klar. Dann kommen wir quasi zum zweiten Teil des Videos. Kommen wir zu Augsburg, wo gerade absolut Krisengebiet ist. Unter der Führung von Markus Weinzierl, alter Bekannter, aus unserer Abstiegssaison. Ja, wie bei uns läuft es da halt überhaupt nicht. Also wie bei uns damals unter Weinzierl läuft es bei denen auch überhaupt nicht. 4-1 Bleite in Mainz. Da hat es ordentlich gekracht im Verein. Da haben wir wieder ein paar schöne Aussagen von Weinzierl auf der PK. Wieder irgendwelche Spieler öffentlich angegangen. Auch sonst in höheren Positionen in Augsburg hat es auch ordentlich gekracht. Ja, läuft nicht so dort aktuell. Also die können aktuell wie wir damals auch recht wenig mit dem Ball anfangen. Also die können gerade einfach nicht kicken, obwohl es der Kader eigentlich sogar hergeben würde. Also der ist nicht mal verkehrt. Du hast einen Oxford, du hast einen Vargas, Sikiri und so ein paar Kollegen hast du ja dabei. Hätte es auch Dorsch und sowas. Die sind ja leider gerade verletzt. Also zumindest laut Transfermarkt.de sind die verletzt. Dorsch, Niederlechner, Jensen und auch Udo Okai. Der, glaube ich, den höchsten Marktwert bei Augsburg hat in der Innenverteidigung. Also so Koppelkacke ist der Kader nicht. Aber auch ein alter Bekannter ist bei denen dabei. Mit Carlos Croeso war auch mal bei uns beim VfB. Und der Stevens damals, glaube ich 14, 15. Weiß nicht, ob er noch länger da war. Aber auf jeden Fall in der Zeit war er da. Im Pokal sind sie ausgeschieden jetzt. Genauso wie wir. Aber sind eben über volle Distanz. Sind erst mal für die Unterschießen ausgeschieden in Bochum. Dort haben sie in einem 4-2-3-1 angefangen von der Formation. Aber da ändert sich auch einiges im Verlauf des Spiels natürlich. Und ja, es ist ein absolutes 6-Punkte-Spiel in Augsburg. Ein Gegner und ein Trainer, der absolut schlagbar sein muss. Wo auch noch viel, ja, böses Blut hinterherhängt. So ein bisschen, finde ich. Auch mit unseren Offensivproblemen muss da was gehen. Die einzige kleine Angst, die man haben könnte, ist ja, dass der VfB 13 gerne mal Aufbaugegner war. Aber, wie gesagt, deswegen das Wort war. Das waren wir zumindest in letzter Zeit absolut nicht mehr. In den letzten zwei Saisons absolut nicht mehr. Deswegen absolutes 6-Punkte-Spiel, was da am Sonntag steigen wird. Es ist ein Duell zwischen Platz 16 und Platz 13. Zwischen 6 Punkten und 10 Punkten aus 9 Spielen. Abstand auf die Abstiegsreine könnten wir auf 7 Punkte erhöhen, wenn wir eben in Augsburg gewinnen. Die gerade den Regulationsplatz belegen. Und ja, man muss auch hier mal einordnen. Also nachdem wir jetzt viel wieder anfangen, hier komplett den Teufel an die Wand zu malen auf Social Media, nach den zwei mäßigeren Spielen gegen Union und Köln, ziehe ich mal im Vergleich zu 2021. Letzte Saison standen wir zum selben Standpunkt, also nach derselben Menge an Spieltagen, hatten wir einen Punkt mehr als jetzt. Da hatten wir 11 Stück. Und dabei stand ja damals der Kader komplett beisammen, wenn ich mich recht entsinne. Plus das Auftragprogramm war damals dazu auch noch einfacher. Nur das so ein bisschen zur Einordnung. Nächste Augsburg-Spiele sind dann Wolfsburg auswärts. Dann kommt die Länderspielpause ja schon und dann kommen die Bayern nach Augsburg. Und danach ist Sinder Bielefeld zu Hause. Auch absolutes 6-Punkte-Spiel Nummer 2 quasi vor der Länderspielpause. Die kommt dann und dann geht es auswärts nach Dortmund. Historisch sind die Duelle, was die Statistik wieder angeht, ja, recht ausgeglichen. Also 6 Siege, 6 Niederlagen, ein Unentschieden. Aber wir gehen jetzt auch mal vor allem nur auf die Bundesliga-Statistik. Also seit 2012 unsere Bundesliga-Duelle gegen Augsburg in Augsburg. Und da sieht es besser für Augsburg aus. Also 3 Siege in 8 Spielen für uns und 5 Heimsiege für Augsburg. Noch kein Unentschieden in der Bundesliga gegen Augsburg. Letztes Jahr hatten wir ja den 1-4-Sieg, schön ohne Zuschauer. Und davor war ja das legendäre 6-0 in Augsburg. So, PK war heute Morgen. Klar ist auch das Karasur, das eine Spiel ausfällt mit der gelb-roten Karte. Anruz war ja auch sowieso angeschlagen am Mittwoch. Auch da auch nicht gespielt im Pokal. Mammusch fällt auch weiterhin aus. Tommi ist auch noch keine Option. Ich meine, die ist er bei Matarazzo auch gefühlt sowieso nicht. Auch wenn er fit wäre, ganz böse gesagt. Fragezeichen bei Einsatz von Massimo und Nathai. Da kackt vor allem Massimo ein bisschen rein. Und also im Sinne von, ich habe ein bisschen gehofft, dass er zurückkommen könnte. Mal gucken. Predo bleibt im Tor, weil Müller einfach zu lange gefehlt hat. Damit konnte man so ein bisschen rechnen. Und Anton meint, Matarazzo hat gute Chancen auf Startelf. Er ist heiß und so weiter. Ja, deswegen. Hinten alles gleich. Predo spielt, kämpft, Mafropanos. Dann ist schade für Ito. Den brauchst du für mich auch nicht rausrotieren. Den kannst du auch im Sondag nochmal bringen. Aber so wie es klingt, wird dann wohl Anton wieder zentral spielen. Und davor führt dann auch erstmal kein Weg an Endo und Mangala vorbei. So auch links nicht an Sosa. Und wie gesagt, hätten wir da so ein bisschen für Kodibali und Führig auch eine Pause dann gewünscht. Die dann vielleicht ein Massimo heute nutzen können. Aber wird dann wohl doch wieder einen Kodibali spielen, glaube ich. Oder halt ein Führig ist schwierig. Aber ich sehe es eher bei Kodibali, dass er weiterhin spielt. Der scheint recht gesetzt zu sein aktuell bei Matarazzo. Vielleicht platzt da ja mal irgendwann was. Ich weiß gar nicht, was da platzen muss. Aber es ist halt noch viel Ruhe, Kunst, viel Festlauf in den Gegner. Aber vielleicht kommt dann irgendwie am Sondag der eine Moment, dieses eine Tripling, wo den Abschluss dann auch findet, dann eben mal seine Hütte macht. Vielleicht platzt da ja irgendwann mal was. Dann, wie gesagt, ich verstehe weiter nicht ganz, warum Förster am Mittwoch nicht im Pokal gezogen hat, sondern am Dienstag in der zweiten Mannschaft. Bei mir kommt er jetzt in die Startelf. Also er hat einfach eine gewisse Wichtigkeit da vorne. Und dann ist eben die Frage, packst du daneben noch was Quirliges? Klimovic eben Führig oder sowas. Oder ganz random auch ein Bejas oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber ja, Klimovic ist auch so dermaßen früh runter. Dann für Fahir auch kein gutes Spiel gemacht. Oder auch wieder ein sehr unglückliches Spiel gemacht. Das ist ähnlich wie ein Koulibaly. Haben, glaube ich, mit die schlechtesten Noten bekommen gegen Köln. Ja, wo halt, ja, Quirligkeit ist da, Lust ist da, Leidenschaft auch. Die gehen auch in Zweikämpfe rein so richtig. Aber bei beiden kommt halt am Ende des Tages nichts rum, was dir in der Offensive krass viel hilft gerade. Und das braucht man halt gerade. Deswegen, ich glaube, ich packe tatsächlich mal so ein bisschen einen körperlicheren oder auch einfach so ein bisschen einen härteren Angriff da vorne rein. Nicht so unbedingt quirlig, sondern vielleicht ein bisschen hüftsteiferen, aber ein bisschen erfahreneren Angriff. Und setzt tatsächlich, glaube ich, Nidawi hin, weil der war auch wieder recht ordentlich gegen Köln. Ganz vorne, ja, Mamosch fällt leider weiter aus. Fahir sehe ich auch noch nicht, dass den Matarazzo von Beginn anbringt. Und dann, ja, sind wir nur noch bei Al-Gadoui, den ich jetzt auch, ohne ihm jetzt irgendwas Böses zu wollen, so nicht unbedingt vorne drin sehen will. Aber ich glaube, dafür gerade nicht viel Weg dran vorbei. Ich glaube, das ist dann eher wieder über Auswechslung, dass eben Fahir über Einwechslung kommt. Vielleicht auch noch ein Bayers oder sowas. Ja, man merkt einfach diese Ausfälle vorne. Also wir haben eigentlich ja genügend Leute. Merkst du ja, wir haben hier vier, fünf Leute zur Auswahl auf den Positionen. Aber halt keiner, wo man richtig sagen würde, der muss jetzt spielen. So, der strahlt die Torgefahr aus. Das ist halt einfach nicht so. Und so sieht dann mein Startelf-Tipp aus. Ich bin mal gespannt, was da am Sonntag aufläuft. So, und wie schon mehrfach gesagt und wie auch tabellarisch belegt, ist es ein absolut wichtiges Spiel in Augsburg. Wieder eins wie ähnlich damals vor Hoffenheim, wo wir auch so eine Phase hatten, wo einmal wieder ein Erfolgserlebnis schön wäre. Yo, wir haben jetzt vier Spiele in Folge ungeschlagener Liga. Ja, trotzdem wäre ein Sieg mal wieder schön auch eben wichtig. Es wird meine vierte Auswärtsreise nach Augsburg. Das erste war 15, 16, haben wir 1 zu 0 verloren. Sind ja auch abgestiegen. Dann 17, 18 der 1 zu 0 Sieg. Der erste Aussichtssieg unter Korkut damals war ich auch dabei. Und eben dann 18, 19, auch beim Abstiegsjahr das legendäre 6 zu 0. Und jetzt wieder am Sonntag will da auch 100% den Pflichtsieg. Also wie gesagt, bei uns läuft es nicht perfekt. Also gerade offensiv eben die Schwierigkeiten. Aber so gemeines Klingeln oder so doofes Klingeln gegen dieses von Weinzierl trainierte Augsburg, da muss einfach was drin sein. Also ist vielleicht kacke diese Haltung. Ich habe die auch wirklich, ich gehe auch selten noch in so einen Spielreingang, wie ich gerade reingehe in das Spiel, weil wir immer so ein bisschen auch dann doppelt enttäuscht sein können, wenn es eben dann doch nichts wird. Aber ich gehe ja mit einem 100%iger Sicherheit rein, dass wir dieses Kackspiel gewinnen müssen am Sonntag. Also 100%, also ich brauche da auch so ein bisschen eine Gutmachung für das 6 zu 0, glaube ich, von der Reise noch. Müssen jetzt auch nochmal unsere Punkte sammeln, dann auch gegen Bielefeld nächste Woche vor der Pause. Weil ich habe ja vorhin den Vergleich gezogen zur Vorsaison und da standen wir eben dann nach 11 Spielen, also zwei weiteren Spielen, auf 17 Punkten. Also haben wir aus den nächsten zwei Spielen beide Spiele gewonnen, sechs Punkte geholt. Das wäre auch jetzt Pflicht, um eben weiterhin sagen zu können, ey, es läuft doch trotz Kader und so und trotz schwierigeren Auftaktprogramm läuft es doch ähnlich wie letzte Saison. Dafür muss sie die beiden Dingern gewinnen. Also wie gesagt, wir sind, finde ich zumindest, nach unseren Umständen entsprechend ganz realistisch im Soll gerade. Aber wenn wir, ja, ist halt trotzdem kacke, wenn du gerade nur maximal zwei gute Chancen pro Spiel rausspielen kannst. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist meine Haltung gerade, aber für dieses Augsburg aktuell muss das reichen. Vielleicht kannst du sogar eine Weinziele-Entlassung irgendwie dann am Sonntag damit aufprovozieren. Ich halte es da, wie Missland hat. Wir haben uns immer zurückgekämpft. Wir haben den Kader immer kompliziert bekommen. Der geht ja mit Zuversicht rein. Das müssen wir auch tun. Weil, wie gesagt, junger Kader, noch jüngerer als letztes Jahr. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf dann lassen, auch nach so ein bisschen mäßigeren Spielen, sondern nicht komplett reinscheißt. Und solange die Mannschaft nicht anfängt, wieder Arbeitsverweigerungen zu machen, das passiert ja absolut nicht. Die haben auch gegen Köln wieder Mentalität gezeigt, vor allem gegen Union noch mal alles reingehauen, was irgendwie ging. Hast du vor allem gegen Köln gemerkt, dass da eben einfach auch nicht mehr ging am Mittwochabend. Das ist halt einfach den Ausfällen und der Situation geschuldet. Deswegen, unser Fokus liegt richtigerweise am Sonntag auch auf unserem Spiel. Einfach, weil Augsburg so ein bisschen überraschend ist, wie die spielen wollen. Und dann einfach mit Energie rein, wie es man gerade so sagt, mit Energie, volle Karacho rein. Hier wieder Voting im Community-Tab, natürlich Sieg und Schien-Niederlage. Ich will dann nur die Siege angeklickt haben, bitte. Und die Meinung in die Kommentare zum Spiel natürlich auch. Ich mache ja auch mal kein 1 zu 2 Tipp, sondern ich, ja, komm, wir setzen den Konto noch in der 90. und machen am Ende noch das 1 zu 3. Und hier wird mir noch der gesamte Spieltag getippt fürs Wochenende so auch zu sehen in unserer Kick-Tipp-Runde. Da gerne reinkommen. Ja, und dann, wie gesagt, am Sonntag kriegt er dann irgendwann, vermutlich irgendwann in der Nacht oder so, wenn ich dann zurückkomme von der VfB-Away-Reise, den Stadion-Flog in Augsburg hoffentlich einen erfolgreichen. Ich bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.